hallo freunde heute werfen wir einen blick auf den neuen audi q3 2025 einen kompakten luxus suv der in der automobilwelt für aufsehen sorgt egal ob sie ein stadtfahrer sind der etwas stilvolles sucht oder ein vielseitiges fahrzeug für wochenend abenteuer brauchen dieses auto passt zu ihnen das charakteristische design von audi ist hier deutlich zu erkennen vom kühnen einzelrahmen über den kühler grill bis hin zu den markanten hauptscheinwerfern der q3 sticht mit einem sportlichen und anspruchsvollen look hervor das modell 2025 erhält auch einige neue design änderungen die es dynamischer machen als die vorherige version dieses fahrzeug verfügt über schärfere linien muskulöse räder und eine insgesamt schlanke silhouette die verrückt und luxuriös schreit innenausstattung fotos des kabinen inneren die das infotämen system armaturenbrett und sitze zeigen steigen sie ein und der audi q3 wird sie nicht enttäuschen sie werden mit hochwertigen materialien ambientebeleuchtung und einem ergonomischen design sowie einem 10,25 zoll digital instrumenten cluster begrüßt jetzt serienmäßig und wenn sie sich für eine höhere ausstattung entscheiden können sie das unglaubliche 12,3 zoll audi virtual cockpit erhalten das infotainment system wird wie bisher von audis intuitiver mmi touch response schnittstelle angetrieben und ist mit apple carplay und android auto kompatibel so dass es einfacher denn je ist unterwegs in verbindung zu bleiben komfort ist beim q3 das a und o die sitze sind weich stützend und mit leder polsterung sowie reichlich fußraum vorne und hinten erhältlich ihre passagiere werden lange fahrten in sachen technologie genauso lieben wie sie der audi q3 2025 ist vollgepackt mit funktionen wie adaptiver geschwindigkeitsregelung spur halte assistent und einem top view kamerasystem um nur einige der verfügbaren fortschrittlichen sicherheitsoptionen zu nennen sie erhalten außerdem audis neuestes fahrer assistenzpaket das ihr fahrerlebnis sicherer und angenehmer machen soll unter der haube bietet der q3 2025 zwei motor optionen einen 2 0 liter turbo vier zylinder mit 184 ps oder eine leistungsstärkere version mit 228 ps beide gekoppelt mit einem sanft schaltenden achtgang automatik getriebe und natürlich ist audis legendäres quadro allrad system serienmäßig damit ist der q3 nicht nicht nur ein großartiges stadtfahrzeug sondern auch für leichte offroad abenteuer geeignet seine agilität und präzise lenkung verleihen ihm das sportliche fahrgefühl von audi während gleichzeitig hervorragender komfort erhalten bleibt der audi q3 2025 kostet ab rund 40.000 us-dollar was für den glücklichen suv-markt ziemlich konkurrenzfähig ist und wenn man alles bedenkt was man dafür bekommt vom premium design bis hin zu fortschrittlicher technologie und solider leistung ist klar dass der q3 ein großartiges preis leistungsverhältnis bietet